Römer 8, Vers 1 Römer 8, Vers 1-11 Was das Gesetz nicht vollbringen konnte, weil wir Menschen ganz der Macht der Sünde verfallen sind, das hat Gott selbst getan. Um die Sünde zu überwinden, die das menschliche Dasein beherrscht, sandte er seinen Sohn in dieses Dasein als leibhaftigen Menschen. Durch den Tod dieses Menschen vollstreckte er das Urteil an der Sünde in ihrem eigenen Machtbereich, damit nun durch uns die Forderung des Gesetzes erfüllt werden kann. Denn unser Leben wird jetzt vom Geist Gottes bestimmt und nicht mehr von unserer selbstsüchtigen Natur. Der Mensch, so wie er von sich aus ist, lehnt sich gegen Gott auf. Er gehorcht nicht dem Gesetz Gottes, ja er kann es gar nicht. Denn es ist völlig ausgeschlossen, dass einer den Willen Gottes erfüllt, wenn er seinem eigenen Willen folgt. Ihr aber steht nicht mehr unter der Herrschaft eures selbstsüchtigen Willens, sondern unter der Leitung des Geistes. Sonst hätte ja der Geist Gottes nicht wirklich von euch Besitz ergriffen. Wer nicht den Geist hat, den Christus schenkt, der gehört nicht zu ihm. Wenn Christus in euch wirkt, dann seid ihr zwar wegen eurer Sünde dem Tod verfallen, aber weil Gott euch angenommen hat, schenkt sein Geist euch das Leben. Denn wenn der Geist dessen in euch lebt, der Jesus vom Tod erweckt hat, dann wird Gott auch durch den Geist in euch den Körper, der dem Tod verfallen ist, lebendig machen. Soweit die Argumente und Gedankengänge des Apostels Paulus aus Römer Kapitel 8 von Vers 1 bis 11 aus der Guten Nachricht Bibel. Aber wir wollen heute darüber nachdenken, was es heißt. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. In dem vorangegangenen Kapitel 7 im Römerbrief scheint der Apostel Paulus ein wenig mutlos zu sein. Er sieht sein Versagen trotz allen guten Willens. Er sagt noch kurz vorher, das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem Leibe dieses Todes? So hat es Luther übersetzt in Kapitel 7. So spricht der Mensch, der auf sich selber sieht. Er sieht seine Fehler, sein Zu-Kurz-Kommen, sein Wollen aber nicht können. In dem Augenblick, wo der Mensch aber aufsieht und Jesus uns sein Werk am Kreuz anschaut, so merkt er, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Diesen gleichen Satz möchte ich nochmal aus der Guten Nachricht Bibel lesen. Da heißt es, darum, wer mit Jesus Christus verbunden ist, braucht das Strafgericht Gottes nicht mehr zu fürchten. Um diese weitreichende Wahrheit recht zu betonen und besser zu verstehen, möchte ich einige Fragen dazu beantworten. Erstens. Wann gibt es keine Verdammnis? Wir sind uns darüber im Klaren, dass die Verdammnis die Strafe für unsere Sünden ist. Verdammnis ist ewige Trennung von Gott, ist ewiger Tod. Das ist nicht ein Aufhören der Existenz, sondern ein ewig dauernder Zustand der Qual. Diese Verdammnis, das Urteil über unsere Sünden, schwebt über jede Menschen. Wir sind alle Sünder und darum alle verdammt. Das Verdammungsurteil wird nun in dem Moment aufgehoben, wo der Mensch gerecht gemacht ist, durch Buß und den Glauben an den Tod Jesu Christi. Unsere Rechtfertigung geschieht nicht nach dem Tod, sondern sie muss jetzt und hier geschehen. Verdammnis muss von uns genommen sein, ehe wir sterben, sonst ist es für immer zu spät. Nun ist das Ganze nicht nur eine theoretische Sache, die sich irgendwie unmerklich am Menschen vollzieht, sondern es ist eine bewusste, reale Veränderung, nicht nur in der Seele, sondern auch im Lebenswandel. Könntest du sagen, wann deine Schuld vergeben wurde und du von der Verdammnis errettet wurdest? Das ist eine Frage, die nur du allein beantworten kannst. Also einmal will dieser Vers sagen, dass es ab dem Moment unserer Rechtfertigung in der Gegenwart keine Verdammnis mehr für uns gibt. Aber das gilt auch für die Zukunft, für den Tag des Gerichtes. Alle Menschen müssen ja vor Gott erscheinen und ihm Rechenschaft abgeben. Das wird ein furchtbarer Tag sein, denn dann werden alle Sünden, die schon längst vergessen waren und von denen kein anderer etwas wusste, offenbar werden. Am großen Gerichtstag wird auch gleich das Urteil von Gott gefällt und es wird lauten, geht hinaus in die Finsternis, in das ewige Feuer. Diejenigen aber, die durch Glauben und Buße und Jesu Erlösungswerk am Kreuz gerechtfertigt wurden, die brauchen das Verdammungsurteil nicht zu fürchten. Es gibt keine Verdammnis am Tag des Gerichts für die, die in Christus Jesus sind. Eine weitere Frage, die ich in diesem Zusammenhang bedenken möchte, lautet, warum gibt es keine Verdammnis oder kein Strafgericht für die, die in Christus Jesus sind? Es gibt vielleicht drei Gründe dafür. Erstens, weil Jesus am Kreuz für unsere Schuld bezahlt hat. Die Sünde des Menschen musste bestraft werden. Auch wenn wir selber Buße tun, müssen wir trotzdem die Strafe hinnehmen, um unsere Schuld wieder zu sühnen. Dann erst ist der Gerechtigkeit Genüge getan. Nun hat Jesus am Kreuz die Strafe an unserer Stadt getragen. Er wurde verdammt an unserer Stadt. Durch seinen Tod wurde es möglich, dass der Mensch straffrei ausgehen kann. Der zweite Grund, warum wir kein Strafgericht oder keine Verdammnis zu fürchten brauchen, ist, weil wir schon Buße getan haben. Weißt du, was Buße bedeutet? Es bedeutet, sich selber zu verurteilen. Wer sich einmal selber für seine Fehler und bösen Taten verurteilt hat, der wird nicht mehr von Gott verurteilt. Aber anstatt uns zu verurteilen, versuchen wir gewöhnlich uns zu entschuldigen und uns selbst zu rechtfertigen. Wir gestehen unsere Fehler nicht ein, sondern verteidigen sie und beschuldigen andere. Wer so handelt, wird nicht von Gott gerechtfertigt. Darum sagt Jesus auch, als erstes bei seinem öffentlichen Auftreten, tut Buße. Und noch bis heute rufen die Diener Gottes in allem Ernst, tut Buße. Denn wer Buße getan hat und Gott um Vergebung gebeten hat, der kann von Gott gerechtfertigt werden und es gibt keine Verdammnis mehr für ihn. Und drittens, weil wir ihm glauben. Das Erlösungswerk Jesu am Kreuz hilft den Menschen nicht, die nicht an Jesus glauben. Nun gibt es aber immer wieder Mitbürger, die behaupten, an Jesus zu glauben, aber was sie meinen ist, sie zweifeln nicht seine Existenz an. Und dann trennen sie die Person Jesu von seinen Ansprüchen, Aussagen und Lehren. Sie sagen also, ich glaube an Jesus, aber die Geschichten von der Hölle und dem Himmel, die glaube ich nicht. So etwas zu behaupten geht natürlich nicht. Du kannst nicht Jesus von seinen Lehren trennen. Wenn du nicht Jesu Lehren glaubst, wenn du seine Gebote nicht anerkennst und seinen Befehlen nicht folgst, dann glaubst du auch nicht an Jesus. Aber es gibt heute schon mehr und mehr Leute, die ganz offen sagen, ich glaube nicht an Jesus. Und ich glaube nicht, dass er gelebt hat. Und ich glaube auch nicht, was über ihn gesagt wird. Na, wer so denkt, kann einfach nicht gerettet werden. Jesu Leiden und Sterben gilt nicht für ihn. Er mag sonst ein lieber und anständiger Mensch sein, aber wer Jesus nicht glaubt, hat einfach keine andere Möglichkeit der Vergebung und Erlösung. Dann gibt es aber auch noch solche Leute, die sagen, ich kann nicht glauben, so gerne, wie ich es auch möchte. Oder sie sagen, mein Glaube ist so ganz am Anfang, er ist noch ganz klein und schwach und ich könnte wirklich noch nicht sagen, dass Jesus mich errettet hat. Es ist schon sehr schön, wenn jemand sagt, ich möchte glauben. Er gibt ja damit zu, dass er noch nicht glaubt, dass der Glaube an Jesus eine gute und erstrebenswerte Sache ist. Aber ist das Glaube? Ich bin überzeugt, dass Glaube eine Willenssache ist und nicht eine Frage der Begabung oder des Trainings. Gott verlangt von uns Glauben. Also können wir auch glauben, denn Gott verlangt nichts Unmögliches. Vielleicht haben wir eine ganze Reihe von Hindernissen entstehen lassen, die uns am Glauben hindern. Die Furcht kann ein solches Hindernis sein. Wir fürchten uns, an Jesus zu glauben, weil die anderen Menschen vielleicht über uns lachen werden. Wir fürchten uns zu glauben, weil die Zukunft uns Probleme und Kämpfe bringen kann. Unsere gottlose Vergangenheit kann ein Hindernis sein zum Glauben. Die Verpflichtung, die wir unserer Familie oder unserem Ruf gegenüber zu haben meinen. Fragen, die unser Verstand uns immer wieder vorhält. All das können Hindernisse zum Glauben an Jesus sein. Aber in dem Moment, wo wir sagen, ich will es wagen zu glauben, ich will glauben, selbst wenn es die schwersten Konsequenzen in diesem Leben für mich hat. Ich bin sicher, dann kann jeder Mensch glauben. Willst du es nicht einmal versuchen? Paulus sagt im Römerbrief, es gibt keine Verdammnis oder kein Strafgericht für die, die in Jesus Christus sind. Und wir haben uns überlegt, wann es keine Verdammnis für diese Leute gibt und haben festgestellt, dass es nicht dermal einst sein wird, sondern wenn wir an Jesus glauben. Es gibt keine Verdammnis ab dem Moment, wo wir uns im Glauben Jesus anvertrauen. Und warum gibt es keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind oder kein Strafurteil? Erstens, weil Jesus am Kreuz für unsere Schuld ja bezahlt hat. Und zweitens, weil wir uns schon selbst über unsere Sünden gerichtet haben in der Buße. Und drittens, weil wir glauben an das Erlösungswerk Jesu Christi und das eine Voraussetzung ist, um dem Strafgericht zu entgehen. Und nun noch eine weitere Frage. Paulus behauptet, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und um diesen Satz so gut wie möglich zu verstehen, stellen wir noch eine Frage. Für wen gibt es nun keine Verdammnis? Die Antwort haben wir schon gelesen. Für die, die in Christus Jesus sind. Was heißt es aber nun, in Christus zu sein? Dieser Ausdruck kommt hier nicht das einzige Mal vor. Er wird oft im Neuen Testament gebraucht. Wahres Christsein hat eigentlich zwei Aspekte. Erstens, wir nehmen Jesus in unser Herz auf. Das heißt, dass wir mit ihm übereinstimmen und ihn anerkennen. Er soll Teil unseres Lebens sein. Jesus soll einen Platz in unseren Gedanken, Wünschen, Plänen und Entscheidungen haben. Wenn wir Jesus aufgenommen haben, ist er nicht mehr über uns, in unerreichbarer Ferne. Er ist auch nicht unter uns, das Objekt unserer Kritik und des Spottes. Wenn Jesus in uns wohnt, dann ist er nicht mehr hinter uns, wie jemand, der uns in unseren Träumen verfolgt und uns bei unseren Sünden ertappt. Er ist auch nicht mehr nur neben uns. Um uns zu helfen und zu schützen und vor uns, um bei uns anzuklopfen und um Einlass zu bitten. Ein Christ ist eine Person, die Christus im Herzen trägt und die Jesus in sein Leben eingelassen hat. Das ist der eine Aspekt. Die andere Seite des Verhältnisses ist Jesus. Auch er muss uns anerkennen, akzeptieren und sich bei uns oder mit uns einlassen. Jesus könnte uns ablehnen, er könnte uns ausschließen. Er bräuchte uns nicht, in seine Pläne und Vorhaben, seine Gedanken und Werke einzubeziehen. Aber wenn Jesus eine Person aufnimmt, dann ist diese Person in Jesus. Ein echter Christ ist jemand, der von Jesus aufgenommen ist und zu ihm gehört, also ein Teil Jesu geworden ist. Findest du, dass das alles sehr schwer zu verstehen ist? Ja, die Bibel fordert auch unseren Verstand heraus und für einen hohen Geist gibt es genug im Evangelium, worüber er nachdenken und was er ergründen kann. Es ist aber wichtig, dich einmal selbst zu fragen, bin ich eigentlich in Christus? Die Bibel sagt, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Wir beten. Gott, unser Vater, wir danken dir, dass ein jeder Mensch gerecht werden kann, wenn er will. Wir danken dir, dass Jesus für uns die Strafe der Sünde auf sich genommen hat. Und ich bitte dich nun von Herzen, dass du durch deinen Heiligen Geist die Wahrheit aus deinem Wort erleuchten möchtest und den vielen Hörern das Verlangen nach Vergebung und Erlösung wecken möchtest. Amen.